Der öffentliche Nah- und Fernverkehr in Deutschland befördert täglich mehr als 32 Millionen Fahrgäste. Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit sind, ihre Verwandten besuchen wollen oder in den Urlaub starten. Benway Industrial Services stellt sicher, dass auf diesen Reisen stets ein gutes Klima herrscht. Mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Klimatechnik sind wir für unsere Kunden ein zuverlässiger Partner für die Wartung und Instandsetzung von Klimaanlagen in Zügen. Die regelmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten von Klimaanlagen durch unsere erfahrenen Serviceteams können Standzeiten minimieren und Langzeitschäden an Verkehrsmitteln verhindern. Dazu gehört auch die Reinigung mit Trockeneis, mit der sich Klimaanlagen, Schaltschränke und viele weitere Komponenten schnell, umweltfreundlich und kostengünstig reinigen lassen. Unsere Zentrale in Bremen gewährleistet einen flächendeckenden Kundenservice und kurzfristige Bearbeitungszeiten. Dank unseres bundesweiten Netzwerks sind unsere Servicetechniker in der Regel innerhalb von 24 Stunden bei unseren Kunden vor Ort. Namhafte Verkehrsunternehmen vertrauen bereits auf unseren Service. So stellen wir täglich sicher, dass Fahrgäste angenehm reisen können. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Benway Industrial Services